Ich persönlich fühle mich sicher sehr gut. Ich habe noch die Chance, das Goal zu machen. Nach diesem Sieg und meiner persönlichen Leistung habe ich sicher ein sehr gutes Gefühl. Ich habe eigentlich mit sehr viel Höhen. Ich bin vor 2021 trainieren und habe schon ein paar Einsätze ohne Profi-Vertrag machen. Dort habe ich meine Meinung nach gute Leistungen gezeigt. Dann habe ich den Profi-Vertrag erhalten und jetzt versuche ich weiter zu fahren. Berge auf den Schwung mitzunehmen, den wir jetzt als ganze Mannschaft haben. Ich muss immer wieder sagen, die drei Goals sind sicher das Highlight zu besitzen. Hoffentlich wird es nicht das Einzige sein, das das Highlight ist, aber es kommt sicher gut. Ich denke, die ganze Mannschaft und ich mit einem guten Gefühl, wir kommen aus einer guten Serie. Wir versuchen sicher den Flow mitzunehmen und weiter durch wie in jedem Match. Einfach vor jedem gehen, Vollgas geben und dann schauen, was rauskommt.